Typ, wie alt bist du? Ein wahrer Warrior weiß sein Alter doch nicht. Warrior haben keine Zeit, ihren Geburtstag zu feiern, weil sie trainieren müssen. Ich bin schon so lange unterwegs auf der Erde. Ich würde schätzen, dass ich so um die 340 bis 400 Jahre alt bin. Durch mein Training gelingt es mir, die Kraft der Jugend aufrecht zu erhalten.